An manchen Orten hat das Smartphone keinen guten Empfang. Um trotzdem kommunizieren zu können, brauchen Sie ein zuverlässiges Funkgerät mit guter Reichweite. Bei den praktischen und sicheren Modellen der neuen Generation werden Sie fündig. Setzen Sie auf die vom Mobilfunknetz unabhängigen Geräte und rüsten Sie Ihre Kommunikationstechnik auf. Damit bleiben Sie auch in schwierigen Situationen in Verbindung. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Funkgerätetest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Das Midland G9 Pro C1385 ist eine gute Wahl für Funkgeräte in dieser Preisklasse, aber wir fanden seine Audioleistung unterdurchschnittlich. Auch die Verschlechterung der Audioqualität bei Lautstärken unter 75% war spürbar. Das Funkgerät selbst hat eine robuste Konstruktion und ist eine solide Wahl für Outdoor-Enthusiasten, die viel Zeit in den Wäldern verbringen oder mit schweren Maschinen arbeiten wollen. Auf Nummer 4 Die neuen drahtlosen PMR-Funkgeräte Talkabout T82 von Motorola sind Neulinge im Sortiment, und sie gefallen uns sehr gut. Die T82-Funkgeräte entsprechen den aktuellen PMR-Standards und sind FCC, IC, CE und ROS zertifiziert. Sie verfügen über dieselben Funktionen wie die älteren T82 und T610-Modelle, sind aber mit verbesserten Funkgeräten und Antennen ausgestattet. Die T82-Modelle verfügen außerdem über Bluetooth, NFC und Dual-Mode-Unterstützung, 5G, 4G LTE, für bessere Konnektivität. Besonders gut gefallen uns die lange Akkulaufzeit, bis zu 10 Stunden, und die IPX4-Zertifizierung des T82, so dass Sie es auch bei schlechtem Wetter verwenden können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass es nass wird. Die Funkgeräte entsprechen der Schutzklasse IPX5, was bedeutet, dass Sie einen kleinen Spritzer verkraften und auch unter einer leichten Dusche gut funktionieren. Die Funkgeräte sind leicht, sehr tragbar und sehr robust. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Das Erste, was uns am UV5RE Walkie-Talkie beeindruckt, ist sein professionelles Aussehen und seine Benutzeroberfläche. Die Tastatur und der LED-Bildschirm sind hintergrundbeleuchtet und es gibt ein großes Navigationsrad auf der rechten Seite des Bildschirms, das es einfach macht, die Einstellungen schnell anzupassen, wenn man unterwegs ist. Außerdem verfügt es über einen eingebauten Lautsprecher und ein Mikrofon, was wir sehr schätzen, da die meisten Handfunkgeräte nur über eines verfügen, sowie über eine extra große Taste zur bequemen Bedienung. Außerdem verfügt es über große Tasten für die Kanalwahl, was das Einstellen auf die gewünschte Frequenz sehr einfach macht und es hat 128 Speicherkanäle, einen mehr als unser Favorit, was bedeutet, dass die Bänder seltener belegt sind. Das Funkgerät verfügt über einen 5W-Lautsprecher, der unserer Meinung nach für normale Gespräche laut genug ist. Trotz seines Gewichts von 1,8 Pfund ist das Funkgerät so klein und leicht, dass es problemlos in eine Hemmtasche, Handtasche oder einen Tagesrucksack passt. Bei Nummer 2 Das DTW PMR 8000 Funkgerät ist durch seinen reibungslosen Betrieb und seine hohe Effizienz ideal für den Außeneinsatz geeignet und sorgt dank der drahtlosen Kommunikation für eine klare Verständigung. Die Reichweite ist ausreichend, um große Gebiete abzudecken. Das Gerät ist robust und sollte auch widrigen Wetterbedingungen standhalten. Das DTW PMR 8000 Funkgerät ist robust und sollte auch widrigen Wetterbedingungen standhalten. Die Ladeschale wird mit zwei NIMH-Akkus geliefert, die für eine ausreichende Mobilität für 9 Stunden Betrieb sorgen sollten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Dieses Motorola Talkabout Funkgerät wurde aufgrund seiner Reichweite und seiner Benutzerfreundlichkeit von der Redaktion als bestes Handfunkgerät ausgezeichnet. Dieses Funkgerät ist deutlich stärker als sein PMR Cousin, das Midland 420, das wir ebenfalls empfehlen, dank der 15 Watt Leistung seines Funkgeräts und des zusätzlichen Lautsprechers an der Vorderseite, der dem Midland Funkgerät fehlt. Der Lautsprecher ist laut genug, um den Lärm zu überhören, und er ist auch laut genug, um Musik zu hören. Dieses Funkgerät lässt sich außerdem besser anpassen als die meisten Walkie Talkies. Das flexible Design macht es einfach, es an einen Gürtel zu stecken und an der Kleidung oder am Rucksack zu befestigen. Auf der Rückseite des Funkgeräts befinden sich vier große gummierte Tasten, von denen jede für eine andere Funktion programmiert werden kann. Wenn man zum Beispiel die Lautstärke-Taste nach oben drückt, wird der Ton stumm geschaltet, und wenn man die Lautstärke-Taste nach unten drückt, wird der SOS-Notfallmodus aktiviert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.